So, da sind wir und eine neue Runde ist am Start mit Nero, mit Tobox, mit Second, alle dabei, volles Team heute, zum ersten Mal. Moin, moin, moin. Das wird echt eine gute Runde, Jungs. Das habe ich im Blut. Mindestanspruch. Ja. So, zack. Also Spieler, die besser sind, nehmen auf jeden Fall das Geld. Zweck und ich bin bei dir. Ja komm, lass bei dem bleiben. Zwei gegen vier schafft man auch nicht. Bist du? Ja, du bist wieder alleine. Lass mal hier in das Gebäude, Jungs. In das große. Ach so, ich mach den. Ja. Das ist eine gewolle Woche. Hm, zwei Pistole. Hier ist ein Einkaufswagen auch. Ich weiß ja, was das heißt, ne? Einkaufswagen. Hey, wir nehmen den Aufzug. Okay. Achtung. Alle rein da. Genau, alle rein da. Wolltest du schon immer mal mit euch hier einen Runde Aufzug fahren. Oh, wir sind schon da. Ging schnell. Ach, sag und du bist Lilla. 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 Und mittlerer Rucksack und Snipen. Wer ist denn eine Snipen? Ich nicht. Ja, post. Ich hab Geld. Ich hab Geld, meinte eine. Ich hab Geld, wer hat das denn gesagt? Ich hab einen Charakter. Hauptsache keine Waffe, aber ich hab Geld. Oh, okay. Geil. Hier liegt ne Drohne. Feindliche Drohne über uns. Feindliche Drohne ist aktiv. Ja. Wenn mich einer deckt, flieg ich mal kurz. Ich hab auch ne Drohne. Ja, dann lass uns hin. Äh, wo liegst du dich hin, Digga? Ne Drohne an. Aber die wissen, wo wir sind. Die haben einen Drohnen an. Ich guck doch nur ganz kurz. Ich schau jetzt wieder auf. Genau, komm mal. Kurz einen Überblick. Wir müssen in den Kreis. Wir müssen in den Kreis anbinden. So, let's go. Ey, v-cool ist unser 4er-Team, Alter. Geil. 4er, Leute. 4er, Leute. Die Leistung zeigen. Das heißt, wir sind viermal so stark. Wie stell ich das nochmal um bei den Scheißwerfen? Achso. Ja. Geht euch jetzt zur Sicherheitszone. Wir müssen in die Sicherheitszone. Hm. Jeder weiß, wie markieren geht? Ja. Okay, das ist ein Scheißpunkt hier über die Brücke. Wir haben noch Zeit, sowieso. Ja, wir sind ja noch in der Nähe der Zone fast. Hier ist ein Auftrag. Soll ich nicht starten? Der Chirner. Der kommt jetzt. Aber kannst du machen? Ich seh auch keinen hier. Auch noch nicht. Genau, gibt's extra XP. Oder IP. Wer hier unten? Wo ist der denn? Und oben. Ich hör den wieder, aber ich seh den nicht. Da sind keine. Was? Da hinten? Da hinten ist eine Drohne, warte. 50 Meter. Ich geh hoch. Ich hole den Auftrag, wenn ich jetzt. Okay, geh mal hoch. Ja, ich hab den Auftrag nicht. Aber ich hab den. Nee, ich hab den Auftrag nicht. Ah, hier ist er. Achtung, die Aufklärung hat eine feindliche Finsenfläche im Einsatzgebiet gefunden. Sichere sie und lade alle Daten hoch. Ich bin hier. Ich bin auf dem Dach. Vielleicht alle oben. Ja genau, wir sind die Treppen hochgegangen. Okay. Die Zone ist ein Sniper. Ich hab' ich vergessen. Einer Minute. Der Sniper wär jetzt cool, ja, ne? Echt? Noch sehe ich keinen. Schon. Sehr ruhig, Hannes. So. So ruhig. Das kann manchmal sehr schnell rennen. Ja, das geht ruckzuck manchmal, ne? Von einem Moment auf den anderen. Ja, auf die Tankstelle muss man manchmal achten. Ich hab' bis jetzt auch gar keinen gesehen. Das... Das überrascht mich. Dabei sind doch alles überraschend, ne? 115 Leben noch. Deswegen wird das jetzt gleich in der Zone schon kritisch. Und die vom Berg, die werden uns auf jeden Fall zusetzen. Deswegen sollten wir versuchen, da irgendwo, ins Haus. Let's go. Let's go. Warte, ich seh' welch, ich seh' welch. Ein. Einer rechts. Da, da läuft ein zweiter. Warte, ich hab' ein Sniper bricht. Ne, der ist weggerannt. Ich komme zu euch. War das nur einer? Ich hab' einen gesehen. Lass' mich hin zu Beude. Keiner hat nur drei Ablasten gefunden. Was ist denn das nicht? Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlegt. Ne. Wir haben's ein bisschen weiter zur nächsten Zone und die bewegt sich jetzt in einer Minute. Müsst'n irgendwo gegenüber sein. Oder die sind... Der ist einfach weggerannt und ist jetzt nach rechts. Wir müssen sowieso nur links. Ja, die Zone kommt dann, ne? Ja, es sind noch unter 100. Jeder sichert hier ab. Auf jeden Fall noch hier in die Stadt gucken. Okay, ist alles ruhig hier. Da unten. Ja, der ist ins Haus reingewandt. Ist egal. Lass uns weitergehen. Ja, hier ist ein Auto, aber... Damit zählen die uns. Wer schießt denn da? Hier ist ein Auto. Hier ist ein Auto. Oh, da hinten bei dir. Da ist einer. Ja. Mach den kalt. Die ist hier in der Ecke. Rechts vom Haus. Ist der tot? Ja, der ist tot. Der ist weg. Der war alleine dann. Ja, genau. Okay, gut. Weiter, weiter, weiter. Oh, einer. Der hat mich getroffen. Ich weiß nicht von wo. Ich glaub von oben irgendwo. Der ist von oben. Ganz oben. Ganz oben mit dem Sniper. Scheiße, Alter. Der räumt drauf. Der ist von oben. Ah. Komm hier weg. Komm hier hoch. Folg mir. Oh. Kommt, Torox. Ich hab genug Geld. Oh. Ah, nee. Nehro. Wir müssen zum Einkauf sagen. Schneid den weg. Warte. Ja. Komm her, Team. Komm, er hält sie in das Geburt. Komm. Er liegt da. Er liegt da. Komm, 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 komm. Ich hab, guck mal, jetzt da oben. Pass auf. Ist das direkt. Schnell dahin. Da ist ein Heli. Oh, ein Heli. Die hauen ab, glaub ich. Weil ich da die Luft klar gemacht hab. Aber wir müssen zum Einkauf fahren. Aber wir müssen zum Einkauf fahren. Ah, die Zone kommt. Oh, hier ist ein ganzes Team. Oh mein Gott. Die Zone kommt und da ist ein ganzes Team. Das ist ein ganzes Team. Ich erinnere mich, das schwitzt. Die spielen, die eke Menschen. Das ist der Samuels Engel Einfluss. Ein. Ach, Mann, Alter. Warum lehnt er sich an? Oh, ich schieße der Lynch an die Ecke haben. Richtig anti. Sagt ihr, ist alle tot? Ja, ich bin gleich. Ich muss ein Gulag hier zugleich spielen. Meine Damen und Herren, das ist ja noch ganz anders. Ach, das war ich kacke. So ein Dreck, ja. Das ist ja eine coole Waffe. Jetzt spieg ich einen Gulag. Mit Phoenix. Oh, das ist ja weglaufen. Ich hasse diese Dessert-Egel. Bist du jetzt auch Platz? Ja. Alter, ich habe doch nur 500. 500 habe ich gesagt. Ja, praktisches Wiederbeleben. Geld finden. Den Ersten wiederholen. Geld finden. Ah, Alter, ja. Sollten wir es schaffen, alle vier zurückzukommen, holen wir auf die Runde. Echt? Der macht das. Der hat von mir gelernt. Oh, so wollte ich ihn. Jihihi. Klettern gelernt? Ja, klettern gelernt, ja. Scheiße, wenn der Wild nicht überlebt. Was cool ist hier, ey. Das Gas nähert sich. Erreiche die neue Sicherheitszone. Okay. Wo sieht es aus? Oh, ich muss noch ein gutes Stück, Alter, ne? Und da ist noch Wüste. Hier ist gar nichts. Ich höre Steps. Ich höre Steps. Bei dir ist einer. Bei dir ist einer. Irgendwo lübt hier einer rum. Ich höre Tippelschritte. Die üblichen Verdächtigen. Gleich kommt das Auto. Da ist ein Auto. Da ist auch eine Vorratslieferung, wo du drauf zuläufst. Da kriegst du eine 5-Sterne-Waffe. Ich glaube, da geht die Action. Okay, ich lass die mal rechts liegen. Ja. Okay, die wäre richtiger, aber wo? Boah, ist da nur Wüste. Hier ist gar nichts. Wo soll ich denn hier Kohle finden? Alter. Am Tisch. Da ist noch ein bisschen. Noch 2, 5, dann ist der Erste wieder da. Okay, ich muss aber in die Richtung. Da ist einer. Da ist einer. Guck, wie viele das sind. Und wenn nicht rennen, dann bin ich frei. Okay, warte. Lass die mal laufen. Warte, ich geh mal hinten rum. Alter, ich mach so ein Gebäude hier. Ein bisschen Kohle. Nee, der hält noch nicht. Ah, Alter, ey. Okay. Du musst in Richtung Zone. Ich muss in die Richtung, ja. Du musst in Richtung Zone. Ich muss in die Richtung, ja. So. Easy game. Easy game. Easy going. So, dann in den Gebäuden gibt es ein bisschen Kohle. Wir sind einfach wie so Prostituierte. Du kannst uns kaufen für 4.000. Wir warten gerade am Rand auf deine Dienste. Genau. Dass man so Dienste anliegen könnte. So muss das, so. So habe ich das immer gerne. Oh, da vorne ist einer. Da unten. Da knallt überall. Ah, gell. Money. Para. Moneten. Oh, draußen knallt es. Da ist auch noch Geld. Vielleicht geht's auf 1.500. 1.500. 1.500. Da geht's raus. Warte. Scharfschutze. Alter. Rück die Kohle raus. Asi-Spiel. Oh. Da läuft einer. Ja. Das ist aber, ja. Scheiße. Echte. Es gibt's doch nicht. 24. Ohle, ohle. Die Säcke. Echte Bunabe. Ehhh. Aber trotzdem coole Runde. Ja. Deathullow. Level 79. Ehhh. Ok, machen wir ein Ende hier. wir sagen danke und bis zum nächsten mal tschö tschö tschö